Wir vergleichen jetzt eine Reisetasche mit einem Koffer und sehen die Vorteile der Freeland Reisetasche. Beim Reisen soll unsere Reisetasche ein kleineres Gewicht haben, dafür ein grösseres Volumen. Der Stauraum ist gross und wir können die Innentasche rausnehmen. Damit können wir die Tasche einfach reinigen. Die grosse Seitentasche bietet uns weiteres Volumen an. Hier sieht man den Vergleich mit dem Koffer eigentlich sehr gut. Mit dem Adressenhalter können Sie Ihre Adresse einschreiben. Hier haben Sie ein zusätzliches Fach, wo auch Schuhe zusätzlich verstaut werden können. Hier befinden sich Sicherheitstaschen, Belüftungsschächte. Im Sicherheitsfach können Sie wichtige Dokumente verstauen. Wichtige Begleiter nachts sind die Reflektoren, die Ihnen helfen auch nachts gesehen zu werden. Die grossen Räder helfen Ihnen besser vorwärts zu kommen. Die Tasche kann von Hand oder über die Schulter getragen werden. Wir haben ein verlängertes Teleskoplaufwerk, das aus Aluminium gebaut ist. Auch der Boden wurde verstärkt. Die Freeland- und Sportreisetasche ist leicht. Sie bietet ein grosses Volumen. Wir wünschen Ihnen viel Spass. Übrigens gibt es in rot und blauer Farbe.